Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, ich bin der Marc. Hallo, ich bin Sonja. Die Stadt Warde liegt beim Flüsschen Warde. Die Stadt Warde liegt beim Flüsschen. Warde ist eine dänische Kleinstadt im südwestlichen Jütland und Verwaltungssitz der Kommune Warde, Region Süddanmark. Sie liegt im südwestlichen Teil von Jütland, ungefähr 15 Kilometer nördlich von Esbjerg. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eingeweiht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Stadt hat 14.022 Einwohner, Stand 2020 ist die Hauptstadt in der Gemeinde von Wade und gehört, wie der restliche südliche Teil von Jütland, zur Region Süddanmark. Die Stadtmitte ist von alten Bauten geprägt. Das Alter von Wade ist nicht genau bekannt, aber Wade wird in schriftlichen Quellen erstmals 1107 erwähnt. Mit einer Fläche von 1240,1 Quadratkilometer ist sie seither die fünfgrößte Gemeinde Dänemarks. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Im nächsten Video geht es nach Tönne. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank. Musik Musik